Schau mal, Doppeldreieckpass. Oh, Ball D, Leute, Maschine. Ich glaube, Kopfbälle werden stark. Achtung, nach hinten. Jetzt geht er nach oben. Und jetzt spielt er nach oben den Pass. Schau, und ich habe jetzt hier Raum und kann die Flanke bringen. Und da ist sie und da ist das Tor. Genauso. Genauso. Flanken tatsächlich richtig gefährlich. So, Achtung, jetzt Leute. Geheimtrick. Es geht nach außen. Hohohohohohoho, jedes Mal, Alter. Also, ihr müsst nach außen ruhig den Ball annehmen und dann viel aufladen. Dann kommt er mit zu einem heftigen Schnitt. Nur Viereck, aber viel aufladen. Oh mein Gott! Was, Alter? Was? Was? Warte, ich verarsche! No way, Alter! No way! Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Was ist das denn? Ja, keine Ahnung. Das war letztes Dings im Dings. In der Aufnahme genauso. Ich wollte ganz normal flicken. Da kommt da so ein roter Punkt. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, das habe ich mir einfach auch angezeigt. Ende vom Lied. Ich habe den Muskelkater. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt ist der Bike nicht her geworden. Ich bin so gut. Ich habe darauf geachtet. Ich habe ihn einfach ein zweites Mal gezogen. Wie geil. Oh Mann, ich sollte ins Bett gehen. So ein geiler Scheiß. So alle Spielbaren, ihr werdet sehen. Sterling und so eine Kacke. Wieder. Hey. Oh. Kamerun, ich dachte Eto. Warum denn Eto, du Knäscher? Junge, wegen Kamerun. Wie gibt es denn sonst noch ein Sport? Man sieht doch in der ersten Sekunde, ob es ein Walkout ist. Ich habe mich darauf geachtet, Junge. Junge. Let's go. Oh. Oh, Nala hat auch einen Riesen-Ding-Dong in der Runde. Den hatte ich in meinem Sport in Kai. Hast du mal reingeguckt, in die Runde? Du müsstest den kennen. Ihr habt ihn am Champions League geholt. Ich gehe nicht durch den Wind. Und Anakab, du musst schon jetzt irgendwas nur rein. Was passiert hier? Ach. Ach. Mann, Junge. Jelbolli und FIFA 20. Also ich sage euch eins, Leute. Dieses Spiel hat nichts mit FIFA 20 zu tun. Es sieht vielleicht ein bisschen aus wie FIFA 20. Aber es hat Hand aufs Herz nichts damit zu tun. Vielleicht erinnert ihr euch an den FIFA World Cup. Das ist ein World Cup-Modus vor kurzem, vor ein paar Jahren. Das geht in die Richtung. Es ist ein mächtiges Game. Wenn es geil bleibt, so wie jetzt. Ja, der war ein Feini. Kylie war... Oh! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Walk out! Walk out! Gib ihn mir! Gib ihn mir! Dingo Costa! Ja! Ja! Oh! Gib ihn mir! Walk out! Gib ihn mir! Oh mein Gott! Oh scheiße! Oh wow! Mein erstes Kopfballtor! Juhu! Ah, mein C! Ah, ich mache hier immer alles kaputt. Walk out! Wieder! Digga! Ich ziehe bei Goni in 3000 Punkten drei Walkouts! Oh mein Gott! Messi! Und das ist nicht mein Account! Schau mal, ich laufe jetzt unten. Und dann da. Oh mein Gott! Aber wie geil kam die jetzt, ey! Habt ihr das gesehen? Dieser Angriff wird so overpowered. Der kann halt nicht schießen. Aber den habe ich jetzt da auseinandergenommen, ey! Nein, nein! Steini! Steini! Hä? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was denn? Oh mein Gott! Clip das, Chat! Clip das und schickst ihm einfach. Ich will es nicht sagen. Ich will es nicht sagen. Was denn? Oh mein fucking Gott! Was denn? Sebastian Rudi gesniped oder was ist da los? Hey, ich glaube, ich habe so ziemlich das Zähneste, was man haben kann. Draft Token oder was? Ich habe beide Funes Mori im Einpack. Ach, Digga, halt's Maul! Wow! Digga, was ist aber das für ein Zufall? Das ist safe seltener als Ronaldo einfach. Oh mein Gott, Bruder! Bruder, was hat der gesagt? So, R3, R3. Jetzt kannst du laufen, wie viel du willst, ne? Und dann, nachdem du den Pass gespielt hast. So, jetzt. Jetzt laufe ich nach außen. Schau mal hier. Und spiel da unten. Und dann kann ich flanken. Und dann der Kopfball. Boom, Alter! Ich meine, besser kann man es halt eben nicht vormachen, my friends. Besser kann man es nicht vormachen. Live-Tutorial am Start. So kann man das zum Beispiel ausnutzen. Für Flanken. Wisst ihr, was ich meine? Und ich denke, dass da Can einfach auch nicht reinpasst. Uh, uh, uh. Leicester. Ich gehe einfach. Ich gehe. Warum, Digga? Warum? Wieso? Mein Hassspieler. Mein Hassspieler in FIFA. Mein erster Walkout ist mein Hassspieler in FIFA. Wollt ihr mich komplett verarschen oder was? Wollt ihr mich komplett... Ah, hallo? Ich hasse diesen Typen in FIFA. Jemand Vardy im Team hat, dann ticke ich aus. Und mein erster Walkout ist fucking Vardy. Ihr wollt... Walkout, walkout, walkout. Scheint noch Flutter. Fuck, nein, bitte. Stürmer. MMP, MMP. Oh mein Gott. Ich bin MMP-Gesorri. Das Gefühl hatte ich aber auch schon, dass Finas richtig gut kam. Oh, wer habe ich den vorbeigelegt? Oh mein Gott. Komm, Kopf rein. Ja, endlich. Da ist er doch mal. Da ist er doch mal. Und jetzt zeig dich mal. Uh. Das, Junge. Das ist sein Ex-Jubel. Oh mein Gott, nein, oder? Nein, 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 nein. Aber, Digga, das hast du von der Mitglied nicht gesehen, weil du gerade im Chat geguckt hast. Ich hab den... Doch, doch, doch. Ach, das hast du gesehen? Ja, ja. Den Stick in die Richtung gelegt. Der hat ihn so perfekt rumgelegt. Ich mach mal... Ich mach mal im Hintergrund ein Rettungsschimmer. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Aufzug, Digga. Ist doch Aufzug, Digga. Ich hab dann schon, Mandi. Aber wir haben dir den Aufzug gezeigt. Damit verbindest du das halt. Tag the. Damit. Untertitelung des ZDF, 2020